UNTERTITELUNG Und das ist ja eine Kunst, die aus einem Gemeindenhaus gesehen hat, die sich für alle um eine solche Gemeinde hat. Wir haben immer und überall mit seinen Fotoapparat erneut. Die Clot-Digitalien, die wir in den Bogen haben, dürfen wir nun am Moment schafft, und zwar als responsable von den Service der Aromatiek für Gemeindeeverding, und wir haben nicht gelesen, am Jahr 1982 ein Fotoapparat zu machen, wo wir verschiedene Chantien in der Gemeinde haben. Wir haben natürlich gedacht, dass der Kontakt mit dem Fotoapparat hat, mit dem Medium, schon am 2. oder 4.00 Uhr, wollte man ja singen, habe ich ein ganz großes Passieren gemacht. Es ist schon nun, dass die Fotos mit Chantien in der Natur gehen lassen. Und wir haben nun angefangen, bloß und bloß auch andere Fotos zu machen. Und zwar gedacht, die erste Foto ist ein anderes, das Geschanties Foto, die dann noch rausgekommen ist. Ich bin noch zu zweit... Wie war? Wie ist die Foto? Wie war? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Wie war das? Ganz höflich sind wir, dass wir die Projekte, die wir für ein enges Jahr schon überleiert haben können, die konkret fest umsetzen können. Weil schon für ein enges Jahr, wo wir die erste Ausstellung haben, haben wir gemacht weiß, haben wir ein Gesicht für eine weitere Ausstellung, können wir das in Flotte Kader machen. und das machen dann durch die, die natürlich direkt auf den Club Pugitelli kommen, nicht mehr wollen ganz flotte Fotos mischen, sondern auch noch, weil es ein Künstler als eine Gemeinde ist. Und äh, war das nicht mehr flott, wenn die Leute als eine Gemeinde an die Widenz setzen, und das auch noch, als wenig im Kader wie heute, den Schmengen aber ziemlich extraordinär ist für so eine Ausstellung. Ich will, erstens gehen nicht viel so flott Plätze, wo wir das so flott können, amenagerieren, und zweitens, so Open-Air Fotos Ausstellungen, die gehen nicht, auch nicht ganz viel, und dafür sind wir immer umso mehr hoffentlich, dass wir das können, haben, auf dieser flottere Platz, Metznahmen dürfen, zu setzen, aber, das passt ein bisschen an als, an als Objektiv, an als Zielsetzung, die wir als Team haben, für vielleicht nicht mit den, großen, rundherum zu konkurrenzieren, an ein großes Event, um anderen auch hier an der Gemeinde zu machen, zu machen, nämlich mit kleinen, und mit feinen Sachen, wo man alles lokale Leute wollen an die Widenz setzen, und wo die Leute auch zuvallig auf die Platz kommen können, wo sie dort können, dann bewonnen, wenn sie ausgestattet werden. Auch der Kulturkommission möchte ich sehr vielen Dank für die Arbeit, die das allgemein gefertigt hat, und die kulturelle Highlights, und das habe ich auch sehr für mich, hier in der Gemeinde, um Bied zu setzen, mit dieser, flotte Ausstellung, und dafür, dem Simon Assenbaum, die große Merci, für die gute Arbeit, und ich freue mich auch schon, ganz besonders, auf das Konzert von L'Ereal, eine Gruppe, wo ich auch schon ein paar Mal heilen bin, die ich auch ganz groß schätze, und plus, nicht nur, weil sie ganz gute Musik machen, wie auch noch Leute sind, ja, das ist eine Gemeinde von den Doofy, 200 Dollar gut, weil ich gesehen, da sind La Madeline dabei. nicht mehr. Voilà, dafür, hier ist auch noch gut, ein flotter Möte, ich habe ja, ich meine schon, schon lange genug geschwärt, wo ich, wo ich den, Club Pichitelli, als Künstler, nach einem Klippfurt, die hat man dann natürlich, über die Darstellung, mit einem Gläs Wein, oder einem Gläs Schampus dann, Merci. Der Künstler gefällt, ich meine, das vielleicht ein bisschen, überdreht wird, ja. 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 Also ganz kurz zur Expo, es sind 20 Spieler, an der, aus den letzten, über 1000, Konzern, wo ihr Konzern, natürlich, als Festival müsst, konzulieren, wopu, Künstler mal, dabei wären, das ist für mich, wirklich ein Frieger, ich könnte das ausstellen, buchlich von Dekadei, einfach genial. Es sind, wie Simon wieder gesagt hat, flot Momente dabei gewesen, die im Lesen der Welt verdrängen, und ich meine, einfach, wir haben dann eigentlich alle zusammengegangen, durchgegangen, und dann könnte ich vielleicht eigentlich, eine Anekdote dazu erzählen. Ich meine, ich könnte aufschliessen, große Merci und Gemeinde, das hat super geklappt, wirklich fantastisch, ganz große Merci, auch die Idee, das hat wirklich, nur das überhaupt nicht drunter gehabt, auch der, dass da alle gut nachher gekommen sind, natürlich auch mit der Familie ganz große Merci, weil niemand mehr muss man machen, dass die auch kein Körer hat. Also, Merci alle Guren, auch die Idee dazu. Das war so. Das war so. Und schon mal rein. das ist ein schönes Beispiel. Du willst es unter mir? Ich weiß nicht, ich habe mich nicht mehr davon verbracht. Nein, ich habe den H 있습니다. Ich sage es geht. Ich weiß es. Wir sind mit einem swimmernden Team. Deshalb bin ich mit dem Job hier. Ich habe den Job hier die Funktion. Ich bin ich mit ihm verstanden. Ich verhält es die Funktion. Ich habe den Job hier. Jetzt ist es hier ein Gefühl. auf ein paar Lappitee, wenn er will, kommt sich nicht etwas zu trinken, da können wir so wenig was im Glas und Handy... Musik 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 And I'll see you in the sand goes down And you'll hear me the sand goes down So we're by you, my friends, alone And I'll see you in the sand goes down And you'll hear me the sand goes down You are always there Because I can't forget you Without you, my heart hurts And it hurts so terribly That I cannot think about anything but you Alone, I'll cry Because you are the one Who makes me who I am You're the energy of my life I cannot understand why I feel this way I just know that without you, nothing at all You are the light of my day When I see you, the sand goes up When you leave me, the sand goes down So without you, I'm blind Alone, I'll try Because you are the one Who makes me who I am You're the energy of my life I can't understand why I feel this way I just know that without you, nothing at all I can't understand why I feel this way Who makes me who I am You are the one And you are the one Who makes me who I am You are the one Who makes me who I am Untertitelung. BR 2018 Alone, I try because you are the one who makes me who I am. You're the energy of my life. I can't understand why I feel this way. I just know that without you, you're nothing at all. I try because you are the one who makes me who I am. I try because you are the one who makes me who I am. You're the one who makes me who I am. I try because you are the one who makes me who I am. You're the energy of my life. I cannot understand why I feel this way. I just know that without you, you're nothing at all. I try because you are the one who makes me who I am. I try because you are the one who makes me who I am. You're the one who makes me who I am. You're the one who makes me who I am. Untertitelung des ZDF, 2020